Hansi Hinterseer auf Weihnachtstournee. Ab dem 30. November diesen Jahres können Sie ihn live erleben. Und das in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien. Verpassen Sie nicht den Höhepunkt. Das Schlusskonzert in Österreich. Am 16. Dezember in der schönen Stadt Schwarz. Resttickets für alle Städte gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und auf www.tourneen.com Unser Weihnachtsmann